Hi, ich bin Henrik von BeWoodden und wusstest du, dass die Modeindustrie die zweitdreckigste Industrie ist der Welt? Die Gründe dafür sind unter anderem Umweltverschmutzung und die Arbeitsbedingungen in vielen Ländern. Wir von BeWoodden haben uns die Aufgabe gemacht, genau das Gegenteil zu beweisen und durch modernes Design und traditionelle Handwerkskunst schöne Produkte zu kreieren und vor allem individuelle Produkte, die dir gut stehen. Jetzt zeige ich dir einfach mal, wie wir das alles schaffen. So, ich zeige euch jetzt mal an Patrick, wie man die Fliege zumacht. Sie ist nämlich ganz leicht einfach zustellbar mit einem Clipverschluss und zusätzlich größenfeststellbar hier an der Seite. Einfach ziehen, dann lässt sich das Band lockerer machen und dann einfach den Hemdkragen umklappen und fertig ist die Geschichte. Bezüglich den Materialien der Fliege erzähle ich euch jetzt auch ein wenig. Die Fliege hier ist eine unfertige Fliege, wie ihr seht. Sie geht durch mehrere Hände, bis sie dann im Endeffekt fertig bei euch ankommt. Wir verwenden hochwertige Materialien, Stoff, Seide für den mittleren Part und eben einfach reine Handarbeit, um die ganzen Fliegen zu fertigen. Wir bekommen öfters die Anfragen, zu was können wir unsere Fliegen eigentlich anziehen. Aber ich sage immer, es gibt eigentlich keinen speziellen Anlass. Es sind Hochzeiten, es sind Geburtstage, Partys, zu Arbeit, also ganz wie ihr lustig seid. Generell gebe ich aber immer den Tipp, es ein bisschen passend zu euren anderen Klamotten zu machen. Sprich, blaue Fliegen, also mit einem blauen Stoffteil zu einem blauen Anzug oder zu einem blauen Hemd anzuziehen. Ansonsten ist aber eure Aktivität freien Lauf gelassen. Und das war unsere Geschichte. Und wie sieht es jetzt bei dir aus? Hast du Lust bekommen, Teil der Bivoden-Familie zu werden? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.